Hey Leute, damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auch vom Kanal und ja, ich habe noch ein paar Kleinigkeiten für das Video vorbereitet und zwar seht ihr im Anschluss hier gleich noch ein paar echt krasse Fights hier aus dem Clan, weil momentan haben wir ein bisschen Besuch von einigen Topspielern. Ihr seht hier gerade, hier oben sind alle über 4000 Pokalen, also es ist eigentlich so eine Art Flashmob zum Ende unserer Pokaljagd, die endet nämlich, beziehungsweise die endet wir von euch aus gesehen, gestern am 14.06. und Danny hat das sogar organisiert, also unser Clan-Anführer, dass heute nochmal ein paar High-Level-Spieler hierher kommen und wir sozusagen als Flashmob nochmal richtig mit den Pokalen nach oben schießen, ihr habt ihr gerade gesehen. Wir sind momentan bei, oh wir hatten gerade noch 41.000 Pokale, aber gerade ist Flo gegangen, aber ihr seht hier unter den besten Clans in Deutschland, wir waren gerade schon Platz 5, aber jetzt ist ja gerade Flo gegangen, jetzt sind wir einen Platz runter wieder und haben schlaflos überholt. Und im Global-Deutschland sind wir auf Platz 79 und ja, es war eigentlich so ein grüner Abschluss sozusagen, der Jagd, die Jagd geht natürlich für die Leute, die wollen noch weiter. Und ja, ich jage natürlich weiter, ich bin momentan bei 3.573 Pokalen, hab heute auch nochmal eine kleine Session eingelegt und ja, ich würde sagen, wir gucken nochmal ganz kurz, was sie hier nochmal so schreiben. Ja, ähm, haben jetzt gerade noch ein paar Leute Hallo geschrieben, also nochmal liebe Grüße an euch alle. Freut mich wirklich, dass wir es jetzt in die Top 5 sogar in Deutschland geschafft haben. Ziel der Jagd war glaube ich auch Top 5 oder Top 10, bin ich mir nicht ganz sicher, steht in unserem TS-Channel auf Spielertreffpunkt.de. Und ja, ähm, was bei mir noch gerade so abgeht, ich hab hier gerade, ähm, eben hier die Lava Hunde oder die Lava Hounds auf Stufe 2 gestartet. Ansonsten geht hier noch ein X-Bogen ein Level höher und der Luftfinger ansonsten, ja, spare ich momentan nochmal hier auf einen nächsten Bogenschützenturm oder eine Kanone. Und ja, ich würde sagen, ich würde sagen, ähm, ich bin jetzt mal raus, hab noch ein paar Fights, wie gesagt, vorbereitet, die könnt ihr euch jetzt nochmal angucken. Ich denke mal, ähm, ich werde nochmal schöne Musik hinterlegen und dann, ja, wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Haut rein. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.